Alter, don't be too tilted Herzlich Willkommen euch heute Die lässt sich wieder feucht machen lassen Tun Ich hoffe ich sterbe jetzt nicht als erstes Weil du deinem Schatzi wieder verbraut hast Von mir aus können wir auch mal wieder hier in Spion Nier in Folge machen Ja siehste Also ich werde nicht sagen was aber ich hab's gecallt Ich wusste das war's von der Frau Bist du im MET gewann? Wir spoinieren heute Conny Wir spoinieren heute Conny aus Vielleicht Aber alleine nach dem ersten Kill hättet ihr das schon wissen können Weil wenn ihr beide den nicht gesehen habt Ich hab ihn nämlich gesehen weil ich ne höhere Kill Range habe Ich dachte ihr seht soweit Ja siehste Liam wer hat's gesagt Du hörst es nicht so weit Ich hab gesagt wofür spielt das denn? Ich bin so schlecht Leute Haben wir nicht Visual Tasks ausgemacht? Ja 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 Der lag da schon Conny Ahja Und ich bin reingekommen Ok komm komm Und Simon stand halt da am Dings Und ich dachte Simon hätte ihn von da aus sehen können So Und ich hab nicht verstanden aber Mainless report Ich sehe sie ist da noch Aaron ist da wahrscheinlich auch noch drin Leon geht da auch rein Aaron ist raus gegangen Leben sie noch? Sie leben noch? Sie leben noch? Hahaha Aaron guckt auch Aber Aaron guckt mir zu offensichtlich tatsächlich Ok So dann Gehen wir jetzt hier auf Sicherheitsabstand Sie geht weiter Ist nach hinten gelaufen Gott Keine Ahnung Scheiße ich hab sie schon wieder verloren Das ist doch nicht mein ernst Oder? Das ist doch jetzt nicht mein ernst Wo ist sie hin? Wo ist sie? Liegt sie hier tot? Ne Liegt sie nicht Aber ich sollte da jetzt mal langsam hinlaufen Weil sonst ist es wahrscheinlich zu spät Oh 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 Ok Sehr gut gemacht Sehr gut gemacht Lebt ihr noch? Simon ist hier? Wieso ist Simon hier? Ok Ich hatte Angst Ach man ich war beim letzten Kabel Sooo Ähm Ähm Äh wo lang komm ich? Ah ich kann die Runde nicht feucht werden Wuhuuu So kommst du Neon wo lang komm ich? Du bist Nekro 4 Am Reaktor Am Reaktor Am Reaktor? Ja da war ich ja zum Glück nicht Äh war 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 Simon da? Habt ihr ihn gesehen? Ähm Weil er auf einmal in Admin war Das hört sich zahlrechtlich an Weil Moos hat da extra gewartet Ja richtig Vom Vom Admin Ja ich wollte Lexi spionieren Aber Dann war sie auf einmal weg Ich war da ewig drin Ich musste da drei Aufgaben machen Ja 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 da bin ich ja noch hinter Aber dann habe ich dich beim Electrical Room verloren Also Lexi ist da links gegangen Auf jeden Fall Wir skippen und machen Busks Skippen wir ja nicht Ich weiß wie ein Granger wohnt wird Alter Ja für mich sind Simon und Lexi auf jeden Fall verdächtig Oh Wer ist für dich verdächtig? Lexi und Simon Du und ich So Okay Jetzt haben wir erstmal hier Ein bisschen Zwiespalt gemacht Und wir Gehen hinter Alexi her Und spionieren sie ein bisschen aus Okay okay Sie geht da rein Sie geht da rein Ich hab hier Ich hab hier Augen auf Sie geht mir hinterher Sie geht da oben hin Okay okay Wir gehen heimlich hinterher Hier sehen wir alles Da ist sie Da ist sie ja Da ist sie ja So sie geht nach unten Okay okay Ist sie hier reingelaufen? Ne ist sie nicht Kacke Wo ist sie rein? Wir machen keine Task Leute Oh Gott Äh Aaron Oh Gott Ich muss hier ganz ganz schnell weg Ich muss hier ganz ganz schnell weg Aaron verfolgt mich Leute Die Verfolgungsjagd beginnt Lexy Wo bist du? Äh War Aaron grad schon tot? Ja aber ich kann fragen War Aaron ihm auch noch tot? Äh schon tot? Weil ich glaube Ne Ich bin ihm hinterher gerannt Dann bin ich äh Zum Tisch gerannt Weil ich äh Wissen wollte wo Lexy war Weil Lexy ist schon wieder verschwunden von meinen Augen Ich weiß nicht Ich bin glaube ich ein schlechter Detektiv Ich bin auf der Kapitariate Und ich geh komplett normal nach unten Ja und dann bist du nach links gegangen Und Aaron ist dann mir hinterher gerannt Weil ich dich verloren hab Dann hatte ich Angst dass Aaron mich töte Dann bin ich vor ihm weggerannt Und dann bin ich auch entkommen Also Aaron müsste so circa beim Reaktor liegen Ja ja Oh mein Gott was ich sagen wollte Ich bin von unten gekommen ne Weil ich musste eine Sache noch im Electrical machen Bin nach links gegangen bin nach oben Und bei 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 Der Raum Der Raum rechts von Vom Reaktor Der kleine da Security oder so Ja Ist das Security? Ja kann sein Ja Da ging der Van gerade zu Ok Ja das wars Simon Aber ich hab die Leiche nicht gesehen Ich bin grad nach oben Heißt das Benkel Richtig Simon Ja Vor wem hast du mehr Angst als Imposter Vor Lexi oder vor der Tanker Also als Imposter hab ich mehr Angst vor der Tanker Ok dann wollten wir den raus Weil Lexi könnten wir vielleicht noch schlagen Wenn er es nicht ist Ja Oder Leon wo warst du denn? Ich war gerade Wo war ich eigentlich Ich war Gute Frage Oh das dauert mir zu lange Ich bin jetzt nicht Moritz Ist sowieso Ich hab die die Leute Bei Es ist Ich hab das Gefühl Es ist sowieso aus dann. Lexi, du musst voten. Ja, dieses Team, also es ist einfach italienisch. Ja, ist es Leon gewesen? Oder ist es doch Lexi oder Simon? Weißt du was, ich... Es ist nicht der Tanker, aber... Also bist du es, Lexi? Hast du es zugegeben? Natürlich ist es nicht der Tanker. Komm schnell mit zum Reaktor! Ach, wow, Lexi. Mann, du solltest mitkommen. Aber warum? Ja. Oh, hä? Ich dachte, hä? Also ich als Imposter hätte direkt hier Reaktor gemacht, ja, damit ihr da erstmal hinlaufen müsst. Ja, so lost wie es ist, ist dann Lexi oder nicht? Ja, ich würde auch sagen, dass es dann nichts ist. Hä, wir machen das immer, wenn wir zu dritt sind, jetzt bin ich auf einmal lost, wenn wir das machen. Weiß nicht, du hast das noch nie gemacht, glaube ich. Oh, ich weiß es nicht. Oh, mein Gott. Also doch, aber ich spame halt nicht so krass, dass ich halt die Erste bin, die dann drückt und dann ist das halt zum Beispiel die Kamera. Nee, 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 das meinen wir gar nicht. Ich bin jetzt verwirrt. Ist es jetzt Lexi? Ich weiß es nicht, also auf jeden Fall einer von euch beiden. Wow. So, ich würfel das jetzt aus, ja? Lexi hat die ungeraden Zahlen und Simon hat die geraden. Nein. Es ist eine 4 gewesen geworden. Tut mir leid, Simon. Ich vote Lexi. Ja, einer von euch beiden halt, aber der Würfel hat entschieden. Nee, ich denke schon die ganze Runde, es ist Simon. Sag jetzt nicht, es ist Grinch. Sag jetzt nicht, es ist Grinch. Nein, nein, nein. Danke, es war so knapp. Die Würfel haben es gerissen. Danke, es war so los, ey. Der voted mich raus, nur weil ich, ich weiß, wo ich war. Ey, Moritz, Votes sind so random. Hä? Nee, nee, nee. Es war...